Erstmal testen. Langsam war das. Erstmal auf eine normale Basis. Auf normaler Basis, wisst du? Kannst du mal einen ordentlichen holen? Ja, kann ich auch machen. Braucht du ordentliche Messer? Was passiert? Nichts passiert ist so. Oh nein. Erstmal hier Finger vorbereiten. Oh Junge. Oh. Das war nicht gut geworden. Das ist überscharf, oder? Ja, guck mal rein. Das wird ekelhaft. Das ist schon doll. Ab nach Hause, Jungs. Ab nach Hause, Jungs. Juhi. Tschüssi. Wir fahren jetzt zum Flughafen. Ich will zum Flughafen. Ich auch. Haben wir es gemeinsam. Sabimse. 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 Sabimse, danke dir. Tschüss Sabimse. Ehhhhh. Ich glaube ehrlich gesagt, der ist einfach viel zu groß. Weil der passt rein. Ja, ansonsten kann man einfach Ballast abwerfen. Wenn der nicht reinpasst, mit Gewalt. Ja. Ja. Mit Anlauf. Mach's super lieber, ja? Guck nochmal, oder? Ja, bei Philipp. Mach's gut, mein Junge. Halt die Puppe ja zu gespreizt. So ist es. Dann sieht sie her. Dann sieht sie. Tschüssi. So lasse ich echt jetzt out. Großfüßig, ey. Wir müssen zum Termin. Jetzt ist es mal schneller. Tschüss. Tschüss. Ja, sowohl du weißt. Warte, du musst babysäppen. Ja. Holy shit. Ey. Wenn mich noch einer mal mit dem Fuß hier berührt, ich schlag euch alle tot. Ey, fühlen doch meine Füße nicht, Digga. Zeig Füße. Der Mann ist schwer. Zwei wechselte die Socken. Ey, die sehen aber äußerst fein aus. Ja. Damon, zu dieser Sachlage. Ja, ich bin das äußerst fein. Miles da hinten, der wurde einfach nur nicht freigeschaltet. Die kriegt man aber später erst, wenn man das nächste Level hat. Geil aus. Das ist einfach. Das ist hart. Hi, Jungs. Bei deinem Bruder ist in der Hose aber nicht so viel los. Echt? Echt? Ich berühre den Mann unsittlich. Aber guck mal, der kriegt da ein bisschen, der will da ein bisschen gar nicht dazu gehen in meine Auge. Wie du bankert. Eiii. Oh, meine Knie bedanken sich gerade. Oh, für den Darm und die Blixer. Du hast dich ja total eingesaugt, Kevin. Oh, belastend. Ich bin gerade bei meinem Homie Anna. Wir machen mir jetzt ein Tattoo drauf. So sieht's aus. Dieses Blatt von Animal Crossing. Swag. Swagged up. Ich fang jetzt an. Ich hab ein bisschen chills, aber er wird gut, glaube ich. Kleiner Zwischenstand. Ja, so ein Zwischenstand, oder? Das ist Fokus kaum richtig. Das sind aber noch ein paar Sachen hier. Sieht ganz nice aus eigentlich. Eigentlich. Sieht fresh aus, ja. Verklag mich nicht. Na, ich mach nicht. Fresh. Sieht dope aus. Das ist so mega. Derpeut. Das ist Okay. Das ist die S ordered. Das istそ höfers. Das ist fasting. Das ist GOFerана.